Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 19. Juni Die Liebe lässt sich nicht erbitten. 1. Korinther 13, Vers 5 Wie können die Menschen einander quälen? Ich denke an einen zart beseiteten Künstler. Der hat sein Zimmer neben Mietern, die Nerven wie Drahtseile haben. Morgens in der Früh drehen sie ihr Radio auf Sturmstärke und lassen es bis in die späte Nacht toben. Mein Bekannter bittet, drehen sie doch leiser. Patzig antworteten sie, sie haben uns nichts zu sagen. Der nervenschwache Mann geht daran zugrunde. Tragödie des Alltags Jeder Wohl hat mit solchen Leuten zu tun, vor denen man nur sagen kann, christliche Liebe in Ehren, aber jetzt ist Schluss. Die Liebe lässt sich nicht erbitten. Das heißt, für die rechte Liebe gibt es keinen Schluss. Der Mensch, den Gott durch Jesus erkauft hat, liebt ins Endlose, auch wo es nichts austrägt. Die alten Griechen sagten, die schlimmste Qual im Totenreich hat jener Mann, der unablässig Wasser in ein Fass gießen muss, das keinen Boden hat. Die Bibel aber sagt, für einen Gottesmenschen ist genau das Freude, Wasser in ein Fass ohne Boden zu gießen oder ohne Bild zu lieben, wo es sinnlos und erfolglos erscheint. Wenn man es recht betrachtet, ist es eine große Befreiung. Seitdem Jesus für mich gestorben ist, brauche ich nicht mehr zu hassen. Bin ich nicht mehr verpflichtet, mein Recht qualvoll zu suchen? Habe es nicht mehr nötig, mich zu riechen? Als ich das einst einem Mann sagte, fragte er erzürnt, wo kommen wir denn hin bei solchen Methoden? Ich konnte nur antworten, da kommen wir in die Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus, der sterbend noch am Kreuze seine Feinde liebte. Herr, lass doch deinen Geist in mir solche Liebe wirken. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich.